Oh, hey Leute, heute möchte ich euch mal einen neuen Gaming Show von Nitro vorstellen und gleich mal vorne weg, das hier ist eindeutig meine Lieblingsposition. Aber egal, um das geht es jetzt nicht. Ich möchte euch zeigen, was das auch so für drauf hat. Viel Spaß beim Video. Aber was soll ich euch eigentlich zu so einem Sessel erzählen? Er ist mega bequem, das war vorne weg und er ist wirklich bequem. Ich habe ihn ausgepackt, habe mich drauf gesetzt und habe mir gedacht, ich stehe da so schnell eigentlich nicht mehr auf, auch wenn es Essen gibt. Und ihr müsst wissen, ich mag Essen wirklich gerne. Aber na gut, ich würde sagen, am besten zeige ich euch das in Form eines Sesselporns. Klingt das jetzt blöd, aber es heißt ja auch Carporn, oder? Deswegen würde ich sagen, Film ab. Und ja, vorne weg, der Sessel wurde mir von Nitro zur Verfügung gestellt. Vielen, vielen Dank dafür. Und jetzt würde ich sagen, ja, nein, nicht Carporn, Sesselporn, Stuhlporn, keine Ahnung, los geht's. Sesselporn, Stuhlporn So Leute, das war's auch schon mit diesem Video, war mir etwas anderes, ich glaube nicht, dass ihr sowas erwartet habt, als ihr auf dieses Video geklickt habt, aber na gut, ich hoffe, es hat euch gefallen, schreibt mir unbedingt in die Kommentare, ja, eure Meinung dazu, ob ich öfter sowas machen soll oder eher nicht mehr oder Verbesserungsvorschläge, würde mich auf alle Fälle freuen. Ja, vielen, vielen Dank nochmal an Nitro Concepts, den Link findet ihr natürlich, wie könnte es auch anders sein, zum Stuhl, falls ihr euch den auch holen wollt, in der Beschreibung, so macht man ja das auf YouTube. Ja, das ist übrigens einer aus der S300er Serie in der Farbe Stealth Black, mega nice, gefällt mir richtig, richtig gut, aber na gut, genug herumgeredet, wir sehen uns, bis dem was gut hat rein, ciao!